So, da heute Silvester ist, mache ich eine Art kleines Special, und zwar, ich habe eigentlich ein relativ erfolgreiches Jahr gemacht, und zwar habe ich ja jedes Jahr 73 Abonnenten, und habe über 450 Videos, und da, heute Silvester, wünsche ich euch schon mal ein frohes neues Jahr, und werde euch nochmal ein kleines Feuerwerk zeigen, aufgenommen wurde dies übrigens am 8. August, da war nochmal ein Hyrotechniker bei uns in der Nähe, und dann habe ich das aufgenommen, und dann zeige ich es euch. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt geht's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.